Moin, mein Brust, das ist das, mein Name ist Nighty Slides und heute zocken wir... Shashok Live! Und du bist wieder in so einer Scheiß-Position, aber richtig hart. Ey, ohne Scheiß, eigentlich hab ich volle gute Position, oder? Wieso ist die gut? Lol! Ja, für dich nicht, aber für mich. Wieso ist die Position gut für dich? Du bist da unten in so einer kleinen Ecke drin. Du kannst mich schwerer treffen. Versuch mich mal zu treffen. Los, versuch mich zu treffen. Okay, ich versuch dich mal ganz kurz zu treffen. Es tut mir leid. Was? Was? Nein! Nein! Oh mein Gott! Sock mal kurz, wie blöd war das? Oh mein Gott, vor mir war so ein ganz kleiner Berge. Ich hab den total übersehen. Au! Oh mein Gott! Mein! Warte mal, ist das gerade passiert? Ey, das ist der schlechteste Start aller Zeiten. Ich hab noch nie so schlecht gestartet, wie jetzt gerade. Ist das gerade passiert? Oh mein Gott, nein! Das war wirklich der mieseste Start aller Zeiten. Ich kotze mir die Eier aus dem scheiß Mund aus. Oh mein Gott, das war richtig peinlich. Aber leider hab ich scheiß Waffen. Da hast du Glück gehabt. Ich hab wirklich scheiß Waffen. Wow! Oh! Du hast mich trotzdem getroffen mit einem Zehner-Kritz, sogar mit 15 Schaden. Ey, Vulcano, ist das eine gute Waffe? Oh mein Gott. Anscheinend ist das eine gute Waffe. Oh mein Gott, du hast dieses Schutzschild, wirklich? Ich bin unverwundbar, ich bin unverwundbar gerade, ja. Ich hasse diese Runde gerade. Ich hasse diese Runde wirklich. Ja, das glaub ich dir. Ey, das kann nicht mein scheiß Ernst sein. Ach du Kacke. Was soll ich denn jetzt tun? Hast du keine andere Waffe? Doch, ich hab den Roller. Der wird wahrscheinlich treffen, aber... Nein! Der wird nicht mal treffen, okay! Das ist die schlechteste Runde aller Zeiten mit Abstand. Ja, das ist richtig... Du hast so Pech, Alter. Du tust mir auch ein bisschen leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, ich hab wirklich... Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Wow. Ehrlich gesagt, ne? Ja? Ich habe richtig schlechte Waffen. Du hast schlechte Waffen, aber du hast wenigstens noch Leben. Ich hab gar kein Leben mehr. Oh stimmt. Und Bahn, du triffst sogar jeden einzelnen Treffer. Du hast gar kein Leben mehr. Nee, ich hab kein Leben mehr. Wow! Okay, ich glaube, du hast ein Problem. Du hast auf jeden Fall... Glaubst du, ich hab ein Problem? Ich hab ein fettes Problem. Wie soll ich die Runde überhaupt noch gewinnen? Bitte springt nach unten. Bitte macht Damage. Bitte macht ein kleines bisschen Damage. Nur ein kleines bisschen. Zehn Schaden. Genau das meinte ich ja auch mit meiner Position. Ich hab eine gute Position. Genau das meinte ich. Verstehst du jetzt? Verstehst du, was ich meinte? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß wirklich, was du meinst. Aber oh mein Gott, die Runde ist so mies. Die Runde... Du hast echt verschissen in der Runde, ja? Genauso wie in deinem Leben. So, ja. Ich meine natürlich... Hä, hä, hä. Sei dir ein bisschen... Wenigstens hast du... Oh mein Gott, der trifft auch noch. Der trifft noch, ne? Nein, er trifft nicht. Okay, relativ nice. Leider hab ich nicht die besten Waffen, aber... Ja, ich denke, die Runde kannst du... Oh! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber das war ein relativ guter Treffer von der Route her, weißt du? Das war irgendwie ziemlich... Das war gut. Sehr gut. Yo! Oh! Eventuell schaff ich ja ein Comeback. Oh mein Gott, scheiße. Die Hoffnung steht zuletzt, mein Freund. Wirklich, als allerletztes. Oh nein, bitte nicht. Und du kommst mit einer Granate. Die Granate ist eigentlich relativ doof, weil die wird nie... Okay, 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 okay. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Ja, nice, nice, nice. 100 Damage. Das war ein extrem guter Treffer von dir. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Ich geb wirklich zu, das war ein extrem guter Treffer von dir. Aber der Scheiß sollte eventuell auch das Healtail bekommen. Bitte bekomm das Healtail. Sehr schön. Oh, mach Damage, 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 Damage. Nice, nice. 48 Schaden sind okay. Okay, zwar nicht viel, aber okay. Ich, Digga, ich kann... Oh, hä? Was soll ich machen? Digga, wenn du diese Runde verlierst, ne? Wow. Wow. Ich kann ja aber auch gar nichts machen. Was soll ich denn bitte tun? Gerade nicht. Gerade kannst du relativ wenig machen. Ich geb's zu. Naja, doch, ich kann schon was machen. Warte, ist das Regen? Ich denke, das ist Regen. Nein, das ist kein Ding. Das ist Piñata. Piñata. Okay, die kann extrem viel Schaden machen, wenn die gut trifft. Okay, das war okay. Dafür, dass ich so viel von meinem Gesicht hatte, war es in Ordnung, würde ich sagen, oder? Das war komplett okay. Das war in Ordnung, ja, auf jeden Fall. So, eventuell trifft er. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich hoffe mal, ja. Und ich krieg so einen Teleport. Oh, nice. 70 Schaden. Okay, ich kann diese Runde gewinnen. Was denn, wie viel Leben hast du noch? Ich hab noch 6 und... Oh mein Gott, bitte nicht. Du kannst auf jeden Fall noch gewinnen, ne? Du hast keine 100% Waffe, oder? Nee, leider nicht. Oh, das ist extrem gut. Dann könnte ich die Runde theoretisch noch gewinnen. Ja, weil du hast deine Runde so krass verändert, dass ich wahrscheinlich dich mal vernünftig treffen kann. Und ich weiß auch nicht, mit was. Ich hab so Herzklopfen gerade, das glaubst du nicht. Ich auch. Digga, ich muss gerade überlegen, damit ich noch gewinne, weil mich pisst es gerade ein bisschen an, dass du überhaupt die Chance hast, noch zu gewinnen. Das ist so flächerlich. Ich hab so ein mieses Herzklopfen, das glaubst du gerade gar nicht. Wow. Wenn ich die Runde gewinnen sollte, ist das die beste Runde aller Zeiten. Das tut mir leid. Yo. Dann ist es wirklich die beste Runde aller Zeiten. Scheiße. Ich meine, du hast die Scheiße gerade verfehlt. Ja, ich weiß. Okay, das ist ide... Oh mein Gott, wie nice. Wie nice. So nervig, Alter. Ich kann es nicht gewinnen lassen. Ich kann dich einfach nicht gewinnen lassen. Wirklich nicht. So, was soll ich tun? Ich kann dich einfach nicht gewinnen lassen. Welche Waffe ist denn gut? Hast du überhaupt noch gute Waffen? Ähm, eigentlich ja, vergleichsweise. Aber ich weiß nicht, wie gut der Treffen wird. Okay. Okay, das war wenigstens das Healtime. Wenigstens etwas. Und EMP blau... Oh, ein gutes Item. Ein, zwei, drei, vier. Ein sehr gutes Item. Du darfst mich jetzt auf jeden Fall nicht töten. Ich seh's, ich seh's. Komm, komm, komm. Aber ich muss dich töten, es tut mir leid. Bitte töte mich jetzt nicht. Bitte töte mich nicht. Bitte überlebt diese eine Runde. Digga, lass mich doch mal überlegen, Mann. Ich, ich bin, ich, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich will doch, dass du dich nicht konzentrieren. Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte roll runter. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ist das knapp. Acht Leben. Oh mein Gott. Okay, ich hab noch acht Leben. Alles ist gut, alles ist gut. Ich muss diese Runde gewinnen. Ich hab einen EMP-Blast, den hau ich dir total in die Fresse. Oh nein. Und jetzt mal ganz kurz gucken, weil das Problem ist... Nein. Meine Jack O' Lantern wird niemals da treffen. Eventuell wird mein Shadow treffen. Und wenn er krittet, sollte dein Leben vorbei sein. Ja, stimmt. Aber dafür muss er auch kritten. Und ich weiß nicht, ob der überhaupt treffen wird. Ja, der kann, die Shadow trifft meistens. Nein, es muss... Oh mein Gott, ich hab sie so knapp verfehlt. Ey, du hast meine komplette Route verändert. Ich weiß, mit dem EMP-Blast, aber ich hätte eben gerade den scheiß Shadow treffen sollen. Oh mein Gott, ätzten mich das gerade an. Scheiße. Ich bin aufgeregt. Ich auch, um ehrlich zu sein. Ich hätte den Shadow gerade treffen sollen. Wieso treffe ich den denn nicht? Oh, bitte. Bitte überlebt diese Runde. Ich hab nur acht Leben. Ich glaube, ich bin tot. Wow. Ja. Ich hätte diesen Shadow einfach treffen sollen, aber nein. Aber das war eine richtig geile Runde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das war richtig geil. Das war wirklich eine geile Runde. Aber ich verfehle diesen Shadow. Das kotzt mich gerade so an. Ja, du hättest, wenn du Glück gehabt hättest, ne? Du hättest mich so easy töten können. Wirklich easy. Aber du warst in einer sehr heiklen Situation. Ja, ich hab missaimt. Ich hab missaimt. Ich war scheiße. Du bist sehr scheiße. Liegt es an der Hautfarbe? Nein, helft. Liegt es an der Hautfarbe? Du darfst sogar anfangen. Oh mein Gott, ich glaube, ich war ein bisschen näher hier dran. Scheiße. Die 3D-Waffe durch Wände? Die 3D-Waffe geht, glaube ich, durch Wände. Ja, die müsste durch Wände gehen. Und die hat sogar getroffen mit 50 Schaden. Ich krieg jetzt schon das Kotzen. Wieder in der ersten Runde. Wow. Eigentlich ist die gar nicht mal so schlecht. Die ist gar nicht so schlecht, weil sie durch Wände geht. Allerdings hast du jetzt nicht gerade meine Route. Ja, stimmt. So, und der müsste dich auf jeden Fall treffen. Ich hoffe mal. Oh Mann. Wenn er nicht komplett veraimt war. Und die Route stimmt sogar auch relativ gut. Yo. Bitte. Boom. Leider kein Crit. Ey, im Endeffekt, ne? Ja. Hast du eigentlich gar nicht so viel Schaden gemacht? Ich hab nicht so viel Schaden gemacht. Wie viele 3D? Warte mal kurz. Loll. Zwei Stück hatte ich davon. Wie hast du dir jetzt gerade verfehlt, wenn die der Fall getroffen hat? Naja, ich hab mich ein bisschen bewegt. Aber ich kann... Ich wusste nicht. Wie schon hab ich die verfehlt? Gute Frage. Ja. Siley, gute Frage. Nächste Frage. Okay, meine nächste Frage. Kennst du die Waffe Flower? Oh nein. Magst du die Waffe? Weil ich mag die richtig hart. Ich hab sie auch. Ich hab sie auch. Aber ich hab die auf Level 2. Das wird extrem viel Schaden machen. Komm her. Bitte, bitte, bitte. Treff, treff. Komm her. Nein, das war richtig schlecht. Das war richtig schlecht. Wow. Aber wenigstens hab ich deine Route relativ kacke gemacht. Jetzt hast du ein Problem. Und du hast Double Damage vor deiner Fresse. Ja. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Okay, mit Double Damage. Oh nein, du hast diese Waffe. Oh mein Gott. Nein. Nein. Komm, 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 komm. Okay, das war relativ harmlos, um ehrlich zu sein. Das war harmlos, ja. Also so vergleichsweise, es hätte 170 Schaden machen können. Äh, wie bin ich echt laulich, weil das war echt nicht viel Schaden, Alter. Na, es war schon viel Schaden, aber es hätte halt extrem viel mehr machen können, weißt du? Hätte es auch, ja. Hätte es definitiv. Schade eigentlich, weil ich mag die Waffe wirklich. Ja, schade. Ich mag diese Waffe übrigens auch. Die Waffe macht eigentlich relativ viel Schaden. Boom, 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 boom. Oh, 80er-Krit, wie nice. Oh mein Gott. Und mein Freund, dafür brauchte ich kein Double Damage. Das hast du doch nicht getan, oder? Ich hab's getan, es tut mir echt leid. Das hast du nicht getan. Oh, doch, ich hab's getan. Scheiße, ich hab ein Problem. Ich hoffe, du hast ein Problem. Ich hoffe, ich gewinne diese Runde. Wow, bitte. Ich hab auf jeden Fall ein kleines Problem, das gebe ich zu. Ja, du hast eine relativ scheiß Position, muss man ehrlich zugeben. Muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, du wirst sogar treffen. Oh, das war ein guter Treffer. Danke, danke. Das war ein guter Treffer. 75 Schaden ohne Kritz. Das war sogar ein extrem guter Treffer. Ich glaube, jede einzelne von den Flow hat getroffen, oder? Ja, hat sie auch. Das hatten wir noch nie so. 75 Schaden ohne Kritz. Stimmt. Das ist echt unnormal. Ja. Das geht dann auch, wie unnormal klasse es eigentlich ist. Das ist echt unnormal. Bum, bum, bum. Ich weiß nicht, ob der trifft. Ich weiß nicht, weil du hast meine Rute ein kleines bisschen verändert. Nein, einer wird treffen. Nicht mal einer. Wow. Und du... Oh mein Gott, nein. Nein, nein, nein. Bitte treffen nicht, bitte treffen nicht, bitte. Oh mein Gott, ich hasse mein scheiß Leben. Ich hasse mein scheiß Leben. Das Einzige, was du sehen wolltest, war deine Reaktion. Ich hasse es wirklich. Wow. Es steht 2-0. Eigentlich hast du die Folge schon gewonnen, doch. Aber letzte Runde entscheidet. Ja, ja, ich bin einverstanden. Machen wir eigentlich immer so. Ja, machen wir immer so. Letzte Runde entscheidet immer alles. Oh, ich habe angefangen. Oh, warte mal kurz. Yo, stopp mal. Wieso stecken die den Schwarzen in der Grube? Ehrlich gesagt habe ich echt gestörte Waffen. Ehrlich gesagt habe ich eine relativ scheiß Position. Wirklich scheiß Position. Du hast eine richtige... Ja, gebe ich zu. Aber... Was für ein Aber? Ich sehe da kein Aber. Weißt du was? Ich riskiere es. Ich mir scheiße. Was willst du bitte da riskieren? Ich mache es. Ich mache es. Was machst du? Ist das ein Smart Sniper? Ja. In der ersten Runde? Ja. Oh, bitte lass die verfehlen. Bitte. Okay, sehr schön. Yo. Scheiße. Soll ich mal ehrlich sein? Du hättest es jetzt gerade nicht riskieren sollen. Und ich hoffe, ich kann dir jetzt auch eventuell so eine kleine Grube schaffen, wie die, in der ich gerade bin. Kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe mal, ja. Komm her. Area Strike sollte eine relativ hohe Ausse... Wow. Wow. Okay, das war nice. 60 Schaden. Leck mich am Arsch. Das war echt guter Schaden. Obwohl man sagen kann, die Waffe hätte echt besser treffen können. Ja, das kann man immer sagen. Minions? Das Ding ist, die Minions gritten nie. Die gritten wirklich nie irgendwie. Okay? Lol. Okay, aber du weißt, was ich meine. Eigentlich gritten die nie. Eigentlich. Ich habe gute Waffen. Mir gefallen richtig meine Waffen. Die Carpet Bomb. Glaubst du, die wird treffen in deiner Position? Ich glaube eher nicht, wenn sie von links kommt. Ich habe dieselbe Waffe, nur Level 2. Ich habe die Level 1, aber die wird wahrscheinlich nicht treffen. Von wo kommt die denn überhaupt? Wenn du von links schießt, kommt die von 6 oder von links? Ich weiß nicht, von welcher Seite sie kommt. Allerdings kann ich dir anders gut Schaden zufügen. Und zwar mit der Sub-Sniper. Es tut mir leid, yo. 63 Schaden in dein Maul. Willst du das Healtail einsammeln? Ja, ich würde schon gerne eigentlich einsammeln, muss ich sagen. Ja, aber wo ist das Aber? Da fehlt das Aber. Ja, aber ich überlege. Okay, ich mache den hier einfach. Okay, mit der Rainbow. Ja, ja, aber das gibt es nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, der trifft nicht. Okay, er trifft. Oh mein Gott. Wow. 124 Schaden. Ja, ey, jeder einzelne Schuss ist getroffen. Was erwartest du? Was? Okay, das sieht wieder extrem scheiße aus, um ehrlich zu sein. Wirklich extrem kacke. Für dich, ja. Welche Waffe könnte dich denn möglichst hart ficken? Ich würde mal sagen, die hier. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber normalerweise könnte die extrem viel Schaden machen. Vor allen Dingen, die ist relativ gut geaimt. 30 Schaden. Die macht immer nur 6 pro Tick. Oh mein Gott, das ist wenig. Die macht wirklich wenig gerade. Oh, schuhuhuhuhu. Okay, 49 Damage. Dir ist klar, ich könnte die Runde jetzt gewinnen. Ja, stimmt. Und die letzte Runde entscheidet ja. Ich muss kurz überlegen, okay? Ja, überleg mal. Überleg mal ganz scharf. Haarscharf, mein Freund. Haarscharf. Okay, das musst du gut sein. Okay, und das ist was? Was ist das? Oh nein. Oh nein. Obwohl, stopp mal. Vor mir ist... Oh shit, okay. Ja, nice. Das war gut geaimt. Obwohl, das pinke Teil bringt dir nicht viel. Oh mein Gott. Habe ich eine Waffe bekommen dadurch? Ich weiß nicht, ob du eine Waffe bekommen hast. Ich habe ein Item bekommen. Ja, ich habe Supply Drop bekommen. Aber ich hoffe, du kriegst jetzt auf die Fresse. Komm her. Sehr schön. Ich habe Supply Drop bekommen, Digga. Ey, wenn der jetzt grittet, ne? Bin ich so happy. Nice, nice, nice. Hey, du hast verloren. Du bist eventuell nächste Runde tot. Warte mal, wenn du mich jetzt nicht tötest, bist du tot. Ja, aber ich töte dich. Warte mal, wie willst du mich töten? Ich habe 51 Leben. Nicht jede Waffe tötet mich. Doch, ich denke, du wirst sterben. Ja, sag doch mal... Was ist das jetzt gerade? Was ist das? Lass mich einfach gucken, okay? Nicht lass dich gucken. Rede doch einfach mal. Was ist... Oh mein Gott. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich muss zugeben, die Runde geht jetzt ganz knapp an dich. Aber ich bin Level up. Level 3 und so. Leck mich am Arsch. Wow. Was bringt mir Level up, wenn ich... Ah, fick dich. Ich hätte die Runde so hart gewinnen können. Wirklich. In der letzten Runde einfach. Ich hatte noch diese Shockwave. Okay, willst du noch was zum Abschluss sagen? Nein, aber good game. Ja, wow. Good game. Okay, Leute. Damit beenden wir jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Bis morgen. Oh mein Gott.